Wow! 10.000 Abonnenten! Ich kann es kaum fassen. Ich freue mich riesig und möchte mich von ganzem Herzen bei jeder Einzelnen von euch bedanken. Ohne euch wäre ich im YouTube-Dschungel untergegangen, beziehungsweise hätte ich bereits schon längst wieder kapituliert. Ich bin so stolz, Menschen wie euch meine Community nennen zu dürfen. Ich liebe diesen offenen und ehrlichen Erfahrungsaustausch, gerade auch in Bezug auf das Thema Wechseljahre, der hier entstanden ist. Eure Fragen, Tipps, unmotivierenden und herzlichen Worte. Was mich auch extrem freut, ist, dass es hier keine sinnlosen Hate-Kommentare gibt. Wahrscheinlich sind wir schon zu alt dafür. Anni, nix alt, zu weise. Also danke, dass ihr mit dieser positiven Energie hinter mir steht. Und dadurch mir und auch allen anderen 50- und 60-Jährigen beweist, dass man auch in unserem Alter noch etwas Neues, vielleicht auch etwas komplett anderes beginnen kann. Man muss nur den Mut dazu haben und sich aufraffen. Und wenn ich komplett technische, digitale Nullnummer in der schwierigsten Phase meines Lebens es schaffe, einen YouTube-Kanal ins Leben zu rufen, könnt ihr eure Träume und Veränderungen, egal ob Hobby, Job, Partnerschaft, das eigene Ich oder sonstige Spinnereien auch angehen oder zumindest neu überdenken. Und ehrlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin so gespannt und freue mich auf alles, was noch kommt und bin einfach mega glücklich und stolz, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. So, und jetzt noch ganz herzlichen Dank, kommt mir schon vor wie bei den Oscars, an meinen langjährigen Partner in Crime, Freund, Tanzpartner, Kameramann, denn ohne ihn wäre mein Kanal nicht möglich gewesen. Tschüss!